Von Tomé währenddessen noch was zu trinken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir haben ein bisschen reingesomt, dass ich ein bisschen größer bin, ist doch okay, oder? Muss den Chat wieder größer machen für alte Leute. Nee, das 6. Monatstraining ist vorbei. Wir haben Vegeta besiegt. Wir haben Vegeta noch besiegt beim letzten Mal. Ging allerdings auch im Allgemeinen ein bisschen länger als erwartet alles. Ja, als nächstes wieser Namek. Was? Stopp. Ich habe es trotzdem mal geschlossen. Humor. Versuchst. Untersturz-Corona. Okay. Hier. 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 ja kurz wie das kämpfen reinkommen das war jetzt ein kampf die roboter und meine stimme aufstieg level ab haben wir denn hier auf der karte irgendwie missionen die angezeigt werden hier oben nur wenn wir erwachsen sind dieses komische autorennen ich kann gerade nicht zur weltkarte gehen ok angeln die nur lebensraum materialien das ist ein haus das ist city gewinner guten namen wie geht es hier wusstest du das von google keine eigenen eigene attacken hat die alle anderen nicht ach du meinst keine selbstentwickelte jetzt oder diese schnell laufen ist super kugeln brauchen wir für angriffe zu lernen ah das kann mir zu hause okay empfohlene stufe 15 vernichten angriffs und gohan wie zu erhalten das kann ich erst dann machen meteor vorschlag hammer stufe 3 er lernt da kann ich das mal super was hängen versuchen wir es mal ja 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 ich glaube da bin ich das ich werde noch ein bisschen schwach zu dem ein bisschen dauer nicht so gut oh das ging zwei kämpfen Oh, beides waren getroffen. Mauer auszuweichen kleiner geht vielleicht versuchen wir in stufe 20 kampf noch nicht genki dama von kayo kam er mir vermuten roshi dann mir geht es gut etwas weniger sehr schön jerry das freut mir dass es dann losgeht ich hoffe das bleibt dann auch so wegen der ganzen blöden situation oder ich kämpfe etwas bedachter oder ich gucke erst mal ob ich das hier vielleicht erlernen kann mit der vorschlag kammer guck mal ob wir den angriff leeren können guten abend genau jetzt können wir hier vernichten angriff leeren vielleicht hilft mir dann er auch bei dem anderen ok ok Oh, ja! Oh, ja! ja oder ein raussetzen Oh, blind, blind! Die kleinen Nasen, die Jungen, die müssen verzocken. Oh, kein Kiki, kein Kiki. Oh, ja. Oh. Ja. schon wieder blenden ja das war ein bisschen doof oh den kann ich den vollgang los minko noch kommen ja jetzt machen wir nicht noch Ja, das war schon mal. Schieb heim aufs Plastik in die Mitte des Saals. Ähm, okay. Jetzt nur die 50er, äh, 15er gewesen. Genau. Du hast vernichten den Angriff gelernt. So. Moment. Wir haben hier noch bestimmt noch, äh, links. Genau. So. Moment, wir haben hier noch bestimmt noch, äh, links. Genau, ist das Super Massenko? Erreiche Stufe 18. Hier die passiven Sachen habe ich schon gelernt. Dann, versuchen wir es mal einfach in der Mission hier. Das können wir mal Auswahl öffnen. Oh, äh, das wollte ich jetzt so nicht, okay. Äh, wie kann ich denn die Sachen auf schnelle Auswahl legen? Gegenstände. Gegenstände. Nach Auswahl öffnen, äh, da. Ja. Ja, das sollen die Xbox-Knöpfe immer stehen und nicht die Playstation-Knöpfe. schwecken die kleine Station! Oh, oh! uireiche Stufe! Und jetzt? Ja. Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh no! Okay. 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 Gut mit ihm ausweichen, jetzt müssen wir nur noch hier. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Um, okay. Oh no! Oh no! das war den kleiner mit leist schön vorsichtig weitermachen nicht übermütig werden beide im auge behalten aua also jetzt hab ich aber nicht zu heilen jetzt müssen wir auf jeden fall vorsichtiger sein was zum werte mich dann zu sich angezogen bis dann plant sie einfach halb tot mit einem angriff ok das sieht echt nicht so gut von mir aus ja so ja nur viel lebensbalken wir machen das jetzt einfach eine stunde lang so nein 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 das war der falsche knopf ich drücke immer die falsche knopf zum blocken das ist so dumm ok aber später ich hänge mich dazu sehr auf klinik hat der energie das muss ja hat freezer die nicht einfach von klinik klaut klinik 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 ja die robo sind ja schrott ja dann wenn wir so in die landes im franzekompass schön reismöhre ja wenn es vor zum angeln wiesen ich glaube zur weltkarte kann ich jetzt nicht oder na gut dann gehen wir da unten jetzt in den links rein und gucken was es mit der mission aussichert das haben wir hier oh ja 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 Was haben wir hier noch? Wir haben Schlussversteck. Eine D-Medaille, oder? Alles klar, Bördi, bis gleich. Ich glaube, Freezer ist so krass drauf, der kann das mal so kopieren. Wenn Krillin sich so ein Ding beibringen kann, kann Freezer das, denke ich, schon lange. Oh, Berg. Ich eskaliere gerade die letzten zwei Wochen. Jetzt werde ich einen Schokomuffin. Hallo. Ich hörte... Ich hörte, dass in einer entlegenen Stadt was Furchtbares passiert ist. Hoffentlich geht es den Leuten gut. Nein. Nein. Ich bin gerade beim Hängen an einer Zwiebel hängen geblieben. Hallo, Frau mit Kochhut. Reu pro mi abuel. Vielen herzlichen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Und meine Leute sind immer noch super duper leise. Warum auch immer. Ähm, du bist ein Freund von Mama, oder? Ach ja, und wer bist du? Hallo? 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 Oh, du bist schittig kleiner Junge. Deine Mutter hat mir zahllose Male geholfen. Weißt du, immer wenn ich gerade wieder von Wölfen oder wer weiß, was auch angefallen wurde, rettete sie mich. What? Was? Vielleicht werden wir, werden sie ja von dem Duft der frischen Zutaten angelockt, die ich kaufe. Das macht das Einkaufen echt so eine besondere Herausforderung. Das sag ich dir. Haha. Ja, das klingt hart. Ah, vergib mir. Brauchst du was? Äh, ja, stimmt. Ich glaube, du hast meiner Mama neulich ein Rezept gegeben, aber sie hat es verloren. Könntest du es mir nochmal sagen, was es war? Wenn es dir keine Umstände macht? No problem. Für das, was deine Mutter alles für mich getan hat, schulde ich ihr etwas. Hier, ich schreibe es dir auf. Bitteschön. Kochikoch. Kochikoch. Sie heißt Kochikoch. Sie heißt Kochikoch. Kochikoch. Das ist die Tätigkeit. Sie heißt Kochikoch. Das kann ich auch haben. Fest mal für Fleischliebhaber. Ganz hart noch ein Braten. Das klingt nicht so. Brennender Tofu. Uh, das brennt bestimmt zweimal. Was? Was machen Sie gerne? Kochikoch. Bau, Zutaten auch? Ach, bitte. Nimm es einfach. Ja. Grüßt seine Mutter von mir. Und sagt ihr, dass ich irgendwann bestimmt wieder ihre Hilfe brauchen werde. Okay. Diese Frau ist echt komisch, allerdings. Jetzt gehen wir wieder ein. Also sehen Sie, wird es nicht kommen, lassen sich. Bitte